Freunde, wir haben jetzt hier schon ein bisschen unsere Farben, sag ich mal, vorbereitet. Aber wir haben nichts zum Anbauen. Also ich gehe mal einfach ins Dorf, würde ich sagen. Obwohl, warte, ich gucke nochmal in unseren Kisten. Ich glaube, im Dorf wird nichts wachsen. Wir können dann auch einfach hier diese kleinen Grasbüsche ab und dann kommt da hier Weizen. Ich habe ein Wasserfall hier neben gemacht. Toll. In meiner Kiste habe ich rohe Kartoffeln, die müsste man anpflanzen können, glaube ich. Okay. Ich glaube sogar... Ah, nee, doch nicht. Habe ich noch irgendwas? Nee. Ich gucke mal ganz kurz in deiner Kiste, ob da noch was zum Anpflanzen drin ist. Ja, ich habe... Ja, ja, ja. Da ist Kakao. Und zwei Samen. Zwei rote Beete. Doch. Egal. Zack. Ich habe eine Samen bekommen. Ein Eis. Zwei. Oh, der Wasserfall sieht voll geil aus eigentlich. Zack. Ja, die Kartoffeln kann man anpflanzen. Drei. Warte, deine Samen. Hier, fünf. X. Mir fehlt ein Erdeblock. Kannst du mir einen Erdeblock mitbringen? Ja, ich bin bei der Farben gerade hier unten. Ich mache jetzt das Vorteil mit dem G. Ja. Äh, hä? Ach, hä, ist ja eh Wasser. Hätte ich nicht machen können. Okay, ich muss auffahren. Hier. Der ist hier runter. Au, au, als ob das Fallschlagen war. Das war schon alles vollgemaß, besser. Ja. Okay, okay. Okay. Das Feld ist ziemlich klein, würde ich sagen. Weil wir so ein Riesenfeld machen. Mit einer Etage? Nein. Also, dass wir hier noch weitermachen. Ja. Okay, dann. Wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Erde. Kann man ihn nur hochdrücken, wenn die Blöcke sind? Guck mal. Nein, man muss A drücken. Über dir ist auch was. hoch und runter. Ey, der schaffst du hier gefangen zu haben. Okay, warte, es wird... Okay. Nee. Ja, also bei uns können, glaube ich, keine Monsters bauen, weil die sind überall fackeln. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, wer drückt damit. Oh mein Gott, die waren die gerade bei uns hier drücken. Echt? Ja. Wir müssen einfach warte, dass hier ins Wasser gehen. Okay. Okay, ich komme mal, die verfolgen mich. Ähm, was soll ich denn jetzt machen? Ach so, Erde holen und eine Schaufel machen. Okay. Ja, herein. Hallo. Hallo, schön ab. Was soll da aus hier? Kann man mit dem Muskel, äh, Bruchstein, also mit großen Kabbelstern eine Schaufel machen? Ich probiere es mal. Ich habe immer noch kein Holz, ich muss noch Holz holen. Das will ich nicht. Nein, was soll ich denn? Kann ich mir, ich glaube ich kann mir eine andere machen. Nein. Okay, ja. Ich hoffe, es geht. Also ich könnte mir eine Holzschaufel machen, aber die baut nicht so schnell ab. Nein. Obwohl, man weiß noch nicht, ob es geht. Nein, es geht nicht. Dann mache ich mir halt eine Holzschaufel. Eine Holzschaufel. Wollen wir erst mal schlafen gehen eigentlich? Ja. Oh Gott. Freunde, Lifehack, ich habe mir ja ein neues Boot geholt, äh, äh, Dings geholt, äh, Bett. So, ihr macht dann so, weil man kann es nicht auf Blättern placen. So, dann macht ihr so, dann placet ihr es auf anderen Blöcken. So, dann baut ihr hier drunter die beiden Blöcke ab. So, dann schwebt das Bett. Okay. So, dann nehmt ihr Blätter. Und dann könnt ihr die einfach da drunter placen. Junge, das ist so easy. Ja, das ist dann chillig. So. Jetzt hat man ein Bett mit Blättern. Nice. Toll, das ist ein bunter Papagei. Wieso sitzt ein Papagei da oben immer? Ich habe ihn, ich habe ihn da hinsetzt. Ach so, man kann ihn hinsetzen? Ja. Ich wüsste das nicht. Ja, weil so kann er nicht verletzt werden. Ja, das mache ich dann auch gleich. Hast du eigentlich auch einen Papagei? Alle haben mich verlassen, alle Papageis. Der ist ein bunter. Oh, Creeper, wo kam der her? Er ist ja vor uns im Haus. Ja, aber er hat nichts, also er hat keine Fackeln oder so. Das war ultra laut. Ja, das war mega laut. Auf einmal war da so ein Creeper. So richtig so. Ja, so boom. Ich mache das Water-Elemental. Okay. Ja, von dir sollte ich eh nicht sterben. Oh mein Gott, hier, zwei Prozent. Oh mein Gott. Machst du mehr ans Ladekabel? Ja, auch die Ladekabel ist es wieder. Wo ist denn der Papagei jetzt hin? Okay, ich mache jetzt mal ein Elemente hier. Ich will den Papagei wiederfinden. Also im bunten? Ja. Aber ich habe den gesehen gerade. Ja, ich auch, deswegen. Und ich weiß, wo er ist. Wo hin? Der fliegt hier gerade am Meer. Oh, Papagei! Oh, der ist im Wasser. Ich muss dir helfen. Ey, der fliegt weg. Der hat keinen Bock auf mich. Hallo. Ich habe hier irgendwie auch das Wasserfall. Ich habe ihn geschämt. Ich weiß. Susi. Habe ich ihn noch mal nicht? Komm, komm einfach hier hoch. Komm auf meine Schulter, Papa. Papagei. Nein, Papageili. Komm hoch. Warte, ich brauche Samen. Ich muss ihn anlocken. Komm, Papagei. Ertrunken, oh, du bist richtig ertrunken. Der Papagei. Ah, Hilfe. Mein Papagei. Geh weg, du Ertrunkener. Ja. Ich gehe hier hoch, wenn ich rohle. Ich muss da voll rein. Papagei, komm hoch. Du musst hoch, komm, Papagei. Warte. Kannst du dich? Ich weiß, dass Papagei sich bewegt. Ja, er fliegt. Papagei, komm. Komm. Hä? Warum bewegt sich das? Ja, jetzt noch rein nach Schulter. Okay. Ja, aber Papagei, komm zu mir. Jemand hat bei meinem Editor gemacht. Crazy Edit. Mehr davon hat er geschrieben. Also auf Englisch. Ich habe eine Wasserfalle irgendwie an mein Haus hängen. Ah, Spinne. Hilfe. Ich sterbe. Ich sterbe. Warum greift ihr mich an? Es ist tags. Hallo. Ey. Halbes Herz. Halbes Herz. Wo ist mein Papagei? Alter. Warum greift ihr mich an? Es ist tags. Keine Ahnung. Papagei, hallo. Hier, greift mich auch. Hier schon. Ah, ich habe ihn hingesetzt, glaube ich. Okay. Geht ihr auch mal nicht. Alter. Das kann ich vorhin kommen. Ähm, Spinnen kann ich auch machen, oder? Aber wie kann ich das machen, dass der Papagei nicht mehr auf meiner Schulter ist? Äh, du musst ein Block runter springen. Also, dass ich Schaden bekomme. Nee, guck mal, du musst zum Beispiel nicht auf die Füste stehen. Äh, jetzt bei mir. Hallo. Ja. Und dann einfach einen Block runter springen. Also, wenn du jetzt da runter gehst, dann musst du runter springen. Ja. Ah, Papagei. Oh, der ist gut da noch. Komm. Warte, wieso, ich muss kurz hier hochbauen. Warte, ich muss ihn mitnehmen. Du kannst ihn auch hinsetzen mit L.T. Ja, ich weiß. Aber ich will, dass er hier hochbaut. Dass er sich da auch hochbauen. Auch jetzt wie bei dir so. Oh, ja. Ähm, kann man nicht von hier angeln, oder? Doch, ich kann von hier angeln. So, mein Papagei sitzt jetzt hier oben. Ich kann von hier einfach angeln. Toll. Ja, toll. Mal sehen, was ich bekomme. Und? Oh, ich will auch diesen Strudel, äh, Wasserfall am Mannhaus. Oh, ein Fisch. Ja, okay, Freunde. Das war es eigentlich schon mit diesem Video hier. Ja, und... Und wir sehen uns dann im... ...zehnten Part. Ciao, ciao. So.